Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, der 4. Mai 2020 und ich habe heute morgen mal wieder ein neues Spielzeug entdeckt. TikTok, wo ich gerade das erste Video aufnehme. So wie es aussieht, ist es so ähnlich wie Twitter nur für Videos und für Musik spezialisiert. Man kann Videos nur bis zu einer Minute Länge maximal aufnehmen, habe ich gerade gesehen. Also jedenfalls ich als, ich weiß ja nicht, ob man das noch erweitern kann irgendwann. Sehr interessant, sehr interessant. Eine Minute, ja, die ist gleich rum. Ich sehe schon nach, da ist der blaue Balken. Sehr spannende Sache. Erinnert mich ein bisschen an Snapchat, das Ganze. Ich bin darauf gekommen, weil ich so eine Grafik gesehen habe, was gerade im Trend liegt, was viel runtergeladen wird und dabei TikTok ganz oben mit dabei. Na gut, herzlich willkommen auf TikTok.